Ich danke euch, mein Name ist Froster, ich werde euch helfen. Ja, und wir zeigen die Faust auf sie, was auch immer. Von nun an könnt ihr über meine magischen Kräfte verfügen. Chiano kann meine Heil- und Verteidigungsmagie benutzen. Yay! Okay. Und Gardus, meine Angriffszauber. Ja, und ich kann nichts. Äh, und ich? Eines Tages wird dein Schwert mächtiger als jeder Zauberspruch von mir sein. Zur Not kann Chiano aus deinem Schwert ja eine Eis-Klinge machen. Dann kannst du auch, äh, dann kannst auch du die Gegner verzaubern und zu Schneemänner machen. Hier habt ihr noch eine neue Mana-Waffe. Spär halten! Und keiner freut sich. Gehen wir? Gut, und so sieht das jetzt auch aus. Froster schließt sich uns an. Okay. Ja, schön. Wir wissen. Ich muss gleich mal mit dem Zauber-Sprich ausprobieren. Ja, gut. Äh. Huhu. Jetzt wird's nämlich richtig lustig. Äh, der Speer ist ein werfbarer Gegenstand. Ähm. Den werde ich aber jetzt mit diesem Charakter noch nicht trainieren bzw. ausrüsten den wird. wenn dann schon jemand, der schon eine Fernwaffe hat. Somit auch du. Und ich werde dann später gleich einmal grinden gehen. Aber ich zeige euch den Ort, wo ich meine Zaubersprüche und meine Waffen alle gut grinden könnte. Aber bevor ich hier mal wirklich loslege mit, äh, ich lauf dorthin und so. Sehen wir uns einmal das Ganze an, wie das ausschauen wird, wenn ich, äh, andere Richtung. Wenn ich hier Zauber verwende. Und zwar, wir setzen gleich hier mal Eisklinge auf. Nicht auf alle, sondern auf Shorty an. So. Und ab sofort mache ich auch hier Eisschaden. Aber das ist jetzt nicht das, was ich in Zukunft öfters verwenden werde. Äh, verwenden werde. Sondern, nein. Fast richtig, fast richtig. Was ich richtig oft einsetzen werde, sind solche Sachen hier. Das macht schön Schaden. Und Schneemann kann ich, glaube ich, keinen Schaden machen. Deswegen wird Eisklinge auch etwas sein, was ich nicht wirklich verwenden werde. Aber dafür, äh, eine spätere, die Steinklinge wird das sein, was ich gerne verwenden werde. So, mein Zauber ist schon verschwendet. Das haltet immer nur eine gewisse Andauer, wie oft ich drauf schlage. Die Eisklinge. So. Ihr beiden habt beide eine Fernwaffe, wirklich gerade. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ach, was soll's. Jetzt haben wir es schon. Jetzt belassen ist es dabei. Immer Fische. So. Genügend Fische gekillt. Und wir können zurück. So. Wir haben jetzt den Eisklinge. Das heißt, wir können jetzt in den Feuertempel gehen. Wo wir zuvor nicht hinkonnten, weil er uns etwas aufgehalten hat. Und danach können wir nach, äh, 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 na. Und dann können wir uns ein bisschen. Ja, das könnten wir natürlich brauchen. Äh, zum Beispiel. Übernachten. 30 Gämmen ist wenig, verglichen zu dem, was wir haben. Also liegen wir uns pennen. Den Beschleunigungsknopf werde ich nicht verwenden. In gar keiner, äh, Sicht und Weise, um irgendwas zu beschleunigen. Nein, das werde ich nicht machen. So. Haben wir das geschafft. Power schlafen ist fertig. Und wir speichern nicht, weil wir haben ja das hier. So. Falls wir also verrecken, kommen wir wieder hierher. Sehr gut. Ah, und ich werde jetzt schon wieder angeschrieben. Wir haben es... Ich wollte schon sagen, wir haben es, äh, 2 Uhr in der Früh. Ja, 2 Uhr im Sinne von 2 Uhr Mittags. Ah, ich habe auch meinen Power schlaf hinter mir gerade. Ui, ui. Super, Superpilz. 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 Okay, Superpilz war einmal. Äh, und ich glaube, ich muss unten hin nach Pandora, ja. Wasserpalast, Quellendorf, Pandora, ja. So, dann werde ich eine Sache hier schnell umändern. Und zwar... Du wirst jetzt auf eine andere Waffe hier umsteigen. Du wirst auf... Das blöde ist, ich habe ja größtenteils nur Fernwaffe. Oder du nimmst die Lanze hier. Oder du nimmst die Lanze hier. So, und gehst wieder zurück. So, da. Dann bin ich immer schön griffbereit den Zauber. Hey, da, ja, ja. Oh, ein Pogo-Push. Oh, das war es mal. Das war einmal ein Pogo-Push. Und jetzt kommt die Blumen natürlich auch. Okay, dann kommt noch da. Also, okay. Ich habe schon gedacht, der hat sich versteckt. So. Ihr macht einen sauviel Schaden jetzt nochmal im Moment. Und es ist wunderbar, dass ich jetzt schon bei 6 Minuten Recording bin. Das heißt, ich werde jetzt hier mal meine ganzen Sachen hochgrinden auf Level 1. Ich werde euch nur mal kurz demonstrieren, wie das Ganze aussieht. Und zwar, wir schnappen uns hier die Monster. Wenn möglich, alle auf dem Screen. Bleiben aber auf unserem Charakter, wohl gemerkt. Wählen einen jeweiligen Zauber aus. Setzen ihn ein. Und wenn es dann wirklich schon so weit ist, dass der Charakter, also der Geist wieder weg ist, kann ich nun Zauber sofort nochmal spammen. Und das mache ich jetzt so oft, wie sie keine MP mehr hat. Ich muss immer merken, dass ich da immer die obere Taste zuerst drücke. Und jetzt habe ich nur noch auf den einen das eingesetzt. Das ist böse. Weil... Ja. Weil wegen. Wie ihr gerade sufferert. Das war. Wie ihr seid. Das war. Wie ihr seid. Sind dieiy. Die Wälder. I-N-Deal. Ich werde alleine das mal tun. Es wird den Jörner. das war die heil auch immer auf sie ansetzen immer auf sie schaut halt immer wenn ihr das macht das immer den schwächsten zauber verwendet das ist nämlich immer sehr hilfreich so verbraucht die wenigstens nicht allzu viel magie punkte und haut auch schön rein dann was die xp anzeige angeht was die skill punkte angeht das ist geschehen spirit level deswegen wird es auch bei ihr zu schneller gehen als bei klar das gut also deswegen werde ich jetzt hier meinen cut machen und wir sehen uns dann gleich wieder wenn ich die sachen hochgelevelt habe noch ist es ja nur ein level was ich hoch weil wir haben schon geschafft habe ich gerade gehört hier kann ich jetzt auch nichts mehr ansetzen aber es ist trotzdem schon das zauber level gestiegen foster erreicht level 1 sehr gut deswegen bis gleich so gut das habe ich jetzt von dem trockenen sorry ich zeige euch hier mal was ich jetzt gemacht habe ich habe hier auf level 1 endlich geschafft auszubringen wer jetzt schauen dass ich in zukunft die ganzen sachen hochlevel dich noch hochleveln kann sprich jetzt werde ich schauen dass ich noch die eis lanze auf level 2 bringen dann kommt die klaue noch dran dann das breitschwert und dann die peitsche die peitsche kommt bei mir als letztes weil ich die waffe nicht wirklich wichtigsten empfinden und die schreiben kann ich immer noch alle und ich glaube sogar die typen shop noch da ist kein job jetzt woanders hin da geht es in den tempel in an welchen noch nicht hinein will beziehungsweise noch nicht hinein kann somit ich glaube ich auch noch nicht man das war mir klar weil die sachen hier sind eigentlich schon sehr gut zum ausrüsten so ich glaube ich schon einmal gesagt ja dann begeben wir uns einfach mal wieder zum hilfenteich ich mich recht ihrer wo ist die ausgabe übrigens jedes mal wenn ich mir die mp geheilt habe hier hat man uns für zehn goldmünzen machen können sich komplett die ganze gruppe ein und das ist sehr sehr gut sehr billig hier kriegt man übrigens mehr geld glaube ich wieder zusammen durch die gegner so ich glaube die eislands ist auch gut gegen die monstern feuer tempel schätze ich mal deswegen werde ich dir mal ausgerüstet lassen die dauer des tempels das werde ich wahrscheinlich so machen und ich glaube ich werde dann auch ein paar hälfte ich bin dann hoch rüsten also im zwergen dort das wird dann auch wunderschön ich hätte mich glaube ich auch rüber schießen können zum elfen teich wenn ich mit dings geredet hätte mit gar nicht so mitkommen lalala letztes mal wie ich hier war bin ich ziemlich lahm durchgelaufen können jetzt laufe ich dafür mich durch ich tue sehr wirklich so mit kommen leute ein ofen da oben ist glaube ich nichts mehr gleich oder noch mal wo ja doch elfen teich war doch so dann gehe ich ihn auf ich bin mir auch nicht so sicher war das jetzt da okay die blockt obwohl er nicht irgendwas gemacht hat er ist aber toll ich muss angreifen weil ich blume bin so sorry wieder wegen dem cut wurde wieder gestört mal schauen ja genau hier ging es wieder rein dann rüber ihr macht es schon auch wenn er noch lebt so sorry wenn ich jetzt auf dem weg hier nicht viel relativ viel zu labern habe aber ich kann auch nicht wirklich viel dazu sagen ich habe mir nämlich wirklich angewöhnt fast jede aber ich renne hier falsch dass ich wirklich so gut wie jede sekunde meine let's plays hier damit verbringen dass ich etwas laber weil ich ja sonst generell immer relativ still war auch wenn ich verglichen zu anderen als wir haben wohl gemerkt doch relativ viel rede aber ich möchte mir es trotzdem angewöhnen dass ich hier am dauerlabern bin auch wenn es dann relativ nervig werden kann ich habe trotzdem mehr das gefühl dass es besser wird dadurch außerdem ist es viel unterhaltsamer wenn man niemanden beim herumtappeln lieber zuhört als nur zusieht und wartet bis irgendetwas passiert so denke ich will es zumindest und ja mit mit dings mit jenna muss ich mir dann auch noch überlegen das wollte ich mir die überlegen ich sollte mal überlegen was ich überlegen wollte logischkeitsmodus ausgeschaltet schottik über hat hirn verloren schottik über verliert 3 xp das ist ja das wunderschöne aber diesmal ist unser kater nicht mehr da das macht aber nichts jetzt sind wir hier und können gleich mal unsere waffen aufrüsten die wir aufrüsten gewohnt sie läuft einfach über die laba artkor die klaue genau klar ist jetzt die insekten klauen der boomerang ist jetzt ein echten teller und sonst noch das hatte ich nicht einmal mehr so wie recht sein soll mir wirklich recht sein dann werde ich gleich einmal das werde ich nehmen ich glaube ich werde mal den nächsten teller nehmen das sieht jetzt übrigens so aus sieht jetzt nicht mehr so stylisch wie unser boomerang aus finde ich auch schön dass die das verändert haben aber wie dem muss sein das ist jetzt das was ich für zukunft nehme zumindest für den charakter jetzt mal wir haben nämlich keinen insekten oder sonstiges der insekten da würde mir nicht wirklich helfen aber wir bräuchten jetzt auch noch ist und für unseren anderen charakter für cherno so das heißt wir kaufen gleich mal ein kraftarmband für sie und ja dann gleich auch mal auch noch eine kette lässt sich für sie und für die kopfbedeckung gibt es gleich leider gar nichts für sie das ist ja auch wunderbar naja werde ich mir gleich einmal nachmagazinieren lassen empfehlen ich will das so viele ich bin das nicht erst für kurzen nachmagazinieren ok aber von lebenswasser wie noch max und dem zeug habe ich wirklich noch nichts verbraucht wenn ich mir noch was anderes ausrüstet habe ich mir noch was anderes ausrüstet habe ich ja nicht wirklich nicht gut dann kraftarmband keine schaden machen gleich einmal viel mehr rüstung und sache hat sich ja belassen wir es bei dem so na dann werden wir also im nächsten part den feiertempel betreten ist das einzige was ich hasse die mpcs bleiben meistens immer hängen das heißt das heißt wir bleiben hier glaube ich ja ganz genau bei wieder super epischer musik das heißt danke leute fürs zusehen unten links der link zum nächsten video und wir sehen uns das nächste mal bei let's play was für ein spiel ist das noch mal nein sie können mal wieder bis zum nächsten mal ciao